Wir, wir, wir kacken, wir kacken jetzt, wir kacken können. Let's a go, hört ihr das? Let's a day time! Also, kommen wir hier nun zu einem weiteren Run, wo ich versuche unter Sub 28, 25 zu kommen. Und wenn ich es schaffe, dann passiert gar nichts. Und bei Sub 25 werde ich Subs verschenken. Aber ich weiß nicht, ob das passieren wird. Wenn die BLJs gut laufen und der Hasenclip gut klappt, dann ist es eigentlich schon durch eigentlich. Diesmal kriege ich den Lakitu Skip hin. Schau, Stewie, ich hab's dir gesagt! Yes! Ich bin der Wahre! Easy, ist das so einfach. Also, wirklich einfach. So, Mann, immer wenn ich den Ketten und verkack. Das kostet immer so 7 bis 10 Sekunden oder so, so unnötig einfach. Man kennt ihn ja, moin. Wollen wir wieder resetten? Wollen wir den Run resetten? Auch wieder mal ein ganz normaler Heizer, der wie man kennt. Einfach alles perfekt und alles gut. Ohne Probleme. Wäre langweilig gewesen, wenn ich wieder so krass Gameplay direkt nach dem Lakitu Skip an den Tag gelegt hätte. Super easy den, äh, Canonless Star holen, indem ich halt erstmal wieder runterfalle. Da krieg ich richtige Anfälle, wenn ich da runterfalle. Das wird jetzt einfach der beste Run, genau weil ich das so gemacht habe. So, aber es war alles mein Canonless Setup, dass ich da runtergefallen bin. Okay. Sollte jetzt passen, aber. Naja, jetzt hat er gepasst. Ich mag's halt so schlecht darzustellen. Ich schwör. Irgendwann so eine Serie rausbringen, wo ich nur so Weisheiten raushaufe. Weisheiten und Heizen. Ich bin halt echt voll interessant im Run. Nö, ich bin nicht schlecht. Ich bin interessant. Hab Hoffnung und Heizen nicht aufgegeben. Der Ehemann in Person glaubt noch an mich. Und deswegen werde ich das dann auch hinbekommen. Ich muss halt nur die BIAJs hinbekommen. Man übt bei Mario 64 Speedruns. Wir brauchen doch keine Übung in Mario 64. So zwei Jahre lang habe ich wirklich sehr, sehr gerne dieses richtig cloudige Cloudrap gehört. Das war, das war cool. Es gibt auch verdammt gute, also. Am Stuckstep, Bro. Ja. Das war ein sehr risky Sprung. So was darf ich nicht noch einmal machen. Wie ist es denn im Clash of Clansdorf? Boah, gute Frage. Mittlerweile wurde es wahrscheinlich wieder von irgendeinem Asiaten vergewaltigt. Fünf Minuten nur noch. Für Sub-20 wird nix. Hallo. Wie stellt euch Sub-20 vor? Wenn ich Minute 17 bin und bei Bowser bin, ist es wirklich nicht schlecht. Ich hab nur Angst vor den BIAJs. Ich hab nur Angst vor den BIAJs. Irgendwas ist heute Sass. Ja, nice. First Try, Alter. Darf ich nur bei Bowser nicht verkacken? Nein, ich werd bei Bowser nicht verkacken. Wir kacken jetzt. So, den Bowser darf ich jetzt nicht verkacken. Angenommen, ich schaff den wirklich First Try. Und parallel dazu die BLJs auch First Try. Könnte das gut darauf hinlaufen, dass es vielleicht sogar Sub-25 wird. Wie würde ich mich nennen, wenn ich Musik machen würde? Eine Schmiedel. Er aktiviert meine Trap-Card. BLJ. Wie Spiegelkraft bei mir. Allergleiche Wirkung so. Ah, yes. Woo! Let's go! Kann das jemand mal klippen, wie konzentriert ich da immer bin, Alter? Ich bin immer so angespannt, Alter. Mein Gott. So, Boys, jetzt full konzentrating. Immer wenn ich das sag, verkacke ich. Aber diesmal nicht. Alter, die Zeit ist mega gut. Let's go, Alter. Boah, ich bin halt mega gehypt. Das könnte echt mein bester Run werden. Ich werde jetzt wirklich versuchen, die Safe Plays rauszuhauen. Oder doch, einmal muss ich krasse Plays machen. Ich muss riskieren. Wenn ich Sub-25 schaffen will, muss ich das jetzt schaffen. Okay, jetzt nur noch Safe Strats. Jetzt nur noch Safe Strats. Boah, Sub-25, ich weiß nicht. Na, ich zitter grad schon ein bisschen. Sub-25 nicht. Wirklich. Lodi, wenn du sagst, es wird keiner, dann mache ich einen. Das wird ein Sub-25. Dein Spawn ist ja von Arsch. Das meinst du jetzt nicht ernst. Ja, ja, ja. Das wird ein Sub-25. Das wird ein Sub-25. Lodi, ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Es gibt mir mehr Energie. Ja, ja, das ist Sub-25. Das ist Sub-25. Schnell. Ah. Da weiß ich. Ja, das ist ein Safe Sub-25. Ja, das ist... Alter, ich schrere. Warte. Ich muss Pause drücken. Ich muss Pause da. Boah, Junge, Alter, schau auf mich. Ich zitter, Alter. What the fuck? Was ist da gerade? Ah. Junge. Ich schwöre, Alter, kurz. Gib dir das, weil ich kann mich gar nicht mehr bedanken. Vielen Dank. Vielen Dank für die 10 Euro. Alter, ich schwöre, mir kommen gleich in Tränen, Alter. Ich hab das nicht erwartet, Alter. Boah, gib euch das einfach mal. Ich komm gerade gar nicht drauf klar. Das ist so, das mag für Leute vielleicht so aussehen wie, what the fuck, warum freut das ich so, aber ich bin gerade... Das ist... Alter, ich run schon so lange. Oh, fuck, Alter. Das ist... Es ist... Ich bin gerade... Es ist einfach Bestzeit. Ich halte mein Versprechen, es gibt zwei Subs. Aber Leute, ich glaube, wir finden für hier echt ein gutes Ende. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet einen nicen Stream. Macht euch einen nicen Abend. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.